Los geht's, ich zeig euch was. Mary, was ist du denn? She's got a bug in the bird. Ich lebe unerhört solide, ohne Hassolinen, habe nie ein Rendezvous, nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern, höchstens mit den Eltern, ich schlug partieren ab und zu, ab und zu. Mein Vater sagt, du musst das bleiben, und dafür schenkt ihr mir von Bäcker Text, noch neu in den Potspärer Kragen, in der Lage, bei mir Konfekt nun mal nicht mehr. Ich beperre Schokolade, wie ich mir lieber einen Mann, wie ich mir einen, der mich küsset, und die Kinder müssen zahlen. Oh ja, oh ja. Oh Mary, ich glaub, jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist kaffeeig. Ich hatte neulich an Geburtstag, und ich hab den Tag vergessen für mich, alle Tanten und Verwandten, alle Tanten und Verwandten, waren wir von der Partie, sie schenken Ruhs, die macht es hier schön, ein Schokolade, wenn das schwer, wenn das schwer, dann lasst mich ganz mich von Gerüssen, ich schlief, wenn das von mir schwer, auch echt kein Schokolade. Wann ist das? Ich will immer einen Mann, ein Mann, ein Mann, ich bin anständig küsset, küsset, so lange mit Fingers, es geht krass, ein Mann holt. Dann und wann, dann und wann, da ne Wann, ja da ne Wann. Ich kaufte neulich auf dem Rummel, mit 20 Pfennig mir ein Los, jetzt geht's los, ich hab tatsächlich was gewonnen, ja, doch die Enttäuschung, die war droht, denn ich gewandert einen Teddy, aus Schokolade und Marzipan, den darf ich wütend in die Menge, was schriedenlos, Verkäufer, spiel aus und bleib mal an, ich will keine Schokolade, was, ja, ich will lieber einen Mann, lieber einen Mann, ich will einen, der mich küsset, und um den Finger wickeln kann, ein Mann, dann und wann, ich will einen, der mich küsset, und um den Finger wickeln kann, ein Mann, die man auch küssen kann, ein Mann, ein Mann.